Mir ist durchaus bewusst, willkommen alle, zu einem neuen Video von mir, nach Ewigkeiten. Mir ist bewusst, dass Videospiele, auch wenn wir ab und zu vielleicht mal Streams dazu haben, als produziertes Video von mir, so hochwertige Produktion, relativ selten, wenn gar nicht vorkommt auf meinem Kanal, aber jetzt, wo ich endlich meine tolle Playstation 5 habe und ich Resident Evil 4 auf Hardcore durchgespielt habe, oder, nicht empfehlenswert, by the way, wir kommen dazu, möchte ich trotzdem die Chance nutzen, ein ganzes Video dazu zu machen, denn es ist ein interessantes Projekt. Es ist eine interessante Idee dahinter, gar revolutionär, möchte ich fast sagen, auf eine gewisse Art und Weise. Und es ist mein Kanal und ich mache auf meinem Kanal, was ich will, also shut the fuck up. Insofern, Resident Evil 4, möchte ich zu Beginn die Frage beantworten, die sich jeder stellt, die auch ich mir gestellt habe. Wenn ich jetzt schon das Original, Resident Evil 4, bis zum Erbrechen gespielt habe, wieder und wieder, weil es ein so gutes Spiel ist und ich kenne das Spiel praktisch schon auswendig, lohnt es sich dann wirklich, jetzt dieses seltsame Remake zu kaufen. Denn es ist definitiv eine seltsame Entscheidung. Als es angekündigt wurde, hatte auch ich so das Gefühl, äh, brauche ich jetzt wirklich ein Remake zu einem eigentlich eh noch relativ modernen Spiel? Ist das jetzt, ich meine, wow, ja, tolle neue up-to-date Grafiken, wie jetzt halt auch bei, ähm, Demon's Souls. Aber, ja, aber, aber ist das ein Remake wert, wenn es am Ende ja doch nur das gleiche Spiel ist? Und die Antwort lautet ja, die Antwort lautet ja, auch wenn ihr absolute Profis seid im Original Resident Evil 4 und jedes Detail auswendig kennt, es lohnt sich. Denn eines der Hauptthemen, das wir wieder und wieder aufgreifen werden in diesem Video ist, du, sie hätten einfach Resident Evil 9 draus machen können. Es ist der gesamte Fokus, die gesamte Attitüde, wie sollst du als Spieler dieses Spiel wahrnehmen und wie kommuniziert dieses Spiel mit dir als Spieler, ist so in seinem Kern verändert worden. Und auch größere Details sind verändert worden, auf die wir dann auch gleich kommen. Ähm, du, sie hätten es einfach Resident Evil 9 nennen können und ich glaube, alle wären okay damit gewesen. Klar, das Template ist klar. Ja, das, 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 das Feming, du, du hast das Dorf, du hast das Schloss, du hast, äh, Sattlers Island dann am Ende. Ja, diese Thematiken sind gleich geblieben, ähm, die grundsätzliche Ideen sind identisch aufgegriffen worden, kommen wir dann auch gleich drauf zu sprechen. Aber im Detail und in der Ausführung sind sie so stark verändert worden, dass du es kaum mehr wiedererkennst. Ähm, und das Spiel hat generell einen neuen Fokus, ähm, den ich auch sehr zu begrüßen wusste, was das Ganze, diese Remake-Idee eben so interessant macht, per se. Ähm, Resident Evil 4, und ich muss auch dazu sagen, ohne jetzt schon so viel zu spoilern, und allgemein wird dieses Video ohne Spoiler im Allgemeinen auskommen, äh, ich finde das Original besser. Ich finde nicht, dass Resident Evil 4 Remake jetzt, äh, das, das, die gleiche Brillanz besitzt wie das Original damals. Weil ich mein, du, Resident Evil 4 war damals so ein Wellenbrecher, wir hätten so was wie Dead Space, by the way, hab ich noch nicht gespielt, müssen wir dann auch noch drauf zu sprechen kommen. Ähm, sowas hätte's eventuell nicht gegeben ohne Resident Evil 4. Ähm, nein, diese Brillanz besitzt, äh, das Remake nicht, aber es hat andere sehr interessante Faktoren, über die ich mich unterhalten möchte. Ähm, grundsätzlich war die Idee, wir übernehmen Mechaniken aus dem Remake von 2, aus dem Remake von 3 und implementieren es hier in dieses Spiel. Beispielsweise dein Messer kann jetzt kaputt gehen. Messer sind in diesem Sinne jetzt praktisch, wie auch in den vorherigen zwei Spielen, ein verbrauchbares Item. Du kannst dich aus schwierigen, ähm, Situationen befreien, ja, rammst irgendwie dem Gegner ein Messer in den Kopf. Wenn ein Gegner kurz davor ist, sich in so ein Las Plagas zu verwandeln, dann kannst du auch ein Messer hernehmen und das stoppen. Praktisch das Messer ist in diesem Sinne jetzt ein verbrauchbares Item. Ähm, das ist schon mal, das verändert schon mal einen absoluten Grundsatz vom Original, wo praktisch dein Messer unkaputtbar war und einfach, du konntest einfach wegslashen. Ja, war eine Option. Du gehst praktisch close quarter mit dem Gegner, slasht away, wenn du den Mum dafür hast. Und, ähm, eine grundlegende Spielmechanik schon mal geändert. Ähm, du hast auch, wie in den vorherigen Teilen, also 2 und 3 Remake, hast du jetzt Ressourcen. Die kannst du mit Gunpowder mischen und deine eigene, beliebige Munition hinzumischen. Ähm, lauter solche kleinen Sachen, die aber wirklich ein Fundament des ursprünglichen Spiels, ähm, ändern. Ein anderer großer Unterschied ist beispielsweise Resident Evil 4, damals das Original, ähm, hat ja auch dich, das war ja ein Grundsatz eigentlich, das Spiel, was das Ganze auch eher horrorlastiger gemacht hat. Wenn du schießen wolltest in Resident Evil 4, musstest du stehenbleiben. Ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Praktisch dead in your tracks, du musstest stehenbleiben, weswegen die gegnerischen Assets, ja auch kurz bevor sie bei dir waren, so ein bisschen langsamer wurden, damit du noch ein bisschen Zeit bekommst. Aber der springende Faktor ist, ähm, du musstest ein Risiko eingehen. Wenn du im Original angreifen wolltest, wurdest du gleichzeitig ironischerweise aber auch verwundbarer, weil du dich nicht mehr bewegen konntest. Das war, das gefällt mir wesentlich besser, als wie es Resident Evil 4 Remake handhabt. Weil Resident Evil 4, du kannst, also praktisch, du kannst es zielen und gehen. Du gehst zwar langsam, aber du kannst dich noch bewegen. Ähm, und aufgrund dessen ist alles wesentlich actionlastiger. Alles ist jetzt wesentlich, wesentlich actionlastiger geworden. Ähm, die Gegner stoppen nicht einfach kurz vor dir, sondern, äh, sondern greifen nach dir. Die AI ist teilweise fast schon zu clever. Also es ist beinahe schon absurd, wie Matrix-artig die Gegner deine, praktisch deine Schüsse dodgen können. Ähm, ich weiß nicht, ob ich dazu jetzt Footage finde, eventuell eher nicht. Aber, ähm, Leute werden es dann sehen, wenn sie es selber spielen. Die, die, die AI ist schon fast zu gut. An einigen Stellen. Vor allem in Hardcore. Wir kommen dann drauf zu sprechen. Ähm, wie gesagt, alles so fundamentale Änderungen, die das Spiel, wenn du dir einen Walkthrough anschaust, fällt es dir sicherlich nicht per se auf. Aber wenn du selber spielst, ist es wie ein komplett anderes Spiel auf einmal. Ähm, also insofern ist hier schon, wie gesagt, ein komplett neuer Fokus gelegt worden. Wesentlich mehr Action. Du kannst Gegner mit einem Messer auch blocken. Also wenn praktisch der Gegner mit einer Axt herkommt, da kannst du so eine Art Perfect Parry machen mit deinem Messer. Das nimmt dann halt schaden, das Messer. Also du kannst so eine Art Perfect Parry machen. Äh, sehr interessante Mechanik. Wie gesagt, eben auch hier wesentlich actionlastiger. Und auch ein Thema, auf das wir dann zu sprechen kommen, hoffentlich merke ich mir das alles, was wir jetzt dann noch besprechen wollen. Ähm, die Encounter, die einzelnen, sind wesentlich aufgemotzt worden. Das heißt, am Ende des Tages, du hast wesentlich mehr Gegner. Du musst mit wesentlich mehr Gegnern klarkommen. Obwohl, ich weiß nicht, ob, 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 ob das jetzt nur in Hardcore so ist. Ich mein, das kann natürlich auch sein. Ähm, aber ich denke, es ist im normalen Schwierigkeitsgrad ebenso. Einfach wesentlich mehr Gegner, die Encounter dauern wesentlich länger. Und der andere große Faktor, also nicht, dass man jetzt eigentlich im Kern ein komplett anderes Spiel daraus gemacht hat, sind auch die Details in sich geändert. Ähm, ich finde, das merkt man, also abgesehen davon, dass die Übergänge der einzelnen Sets, ja, also jetzt beispielsweise eben das Dorf, wo alle, wo alle auf dich zukommen, dann dieser Schweinestall, ähm, wo du dann in diese Barn gehen kannst. Und da hast du, da wirst du dann erst mal so ein bisschen konfrontiert mit, oh, du hast Gegner auf einem oberen Level und auf einem unteren Level. Ähm, da hast du andere Übergänge zu diesen Sets, aber die Sets bleiben gleich. Und dann hast du so Sachen wie jetzt beispielsweise, die möchte ich explizit genannt haben. Wie gesagt, weil ich möchte es nicht zu viel spoilern, deswegen beschränken wir uns jetzt so auf die ersten Level. Ähm, die, wo du, wo du, äh, Louis Serras, ähm, befreist. Ähm, hast du ja dieses Set-Piece, wo alle, wo das Thema ist, Explosionen. Ja, die Gegner haben irgendwie Dynamit und schmeißen das. Und du hast, ähm, links, so linkerhalb von dir ist praktisch alles vermint. Und, und du kannst es praktisch, äh, wegschießen. Ähm, komplett neu interpretiert, jetzt im Remake. So stark neu interpretiert, du erkennst es kaum mehr wieder. Auch das Thema ist geändert worden. Es ist jetzt ein, es ist jetzt praktisch ein Fischerhaus am Del Lago auf einmal. Ja, und nicht mehr einfach eine Hütte, eine kaputte Hütte irgendwo mitten in der Pampa. Also auch hier, also die reine Optik, die reine Konzeption, komplett verändert an dieser Stelle. Ein anderes Beispiel wäre die, äh, Schlucht, nachdem du praktisch, ähm, festgenommen wurdest von Del Mendes oder wie er heißt, also der, der große, der große Big Cheese, ähm, und du wachst da mit Louis Serras auf, ähm, auch komplett geändert worden. Ich meine, das Konzept ist immer noch vorhanden, ja, das Konzept ist immer noch da, aber du, du merkst, dass der Inhalt komplett verändert wurde, der Kontext wurde verändert, ähm, wie du es spielst, wie du rangehst, wurde komplett verändert. Ähm, du erkennst die Idee, aber wenn du es nicht wüsstest, könnte es jetzt auch komplett neuer Content sein. Deswegen sage ich, ähm, sie hätten es auch einfach Resident Evil 9 machen können, praktisch ohne direkte Referenzen zu Resident Evil 4. Und ich glaube, alle wären okay damit gewesen. Ich glaube, keinem wäre es jetzt per se unbedingt aufgefallen. Ähm, deswegen erachte ich es fast ein bisschen als kontroverse Idee, dass sie nicht einfach gleich ein neues Spiel draus gemacht haben, sondern sich gesagt haben, nein, wir remaken explizit Resident Evil 4. Ähm, und das sind halt eben so all die Aspekte. Einen, den ich vergessen habe, möchte ich auch dazu genannt haben, ähm, was auch zur Modernisierung beiträgt dieses Spiels. Du hast nicht mehr den Laserpointer aus dem Original, den ich besser fand. Ich fand die Idee des Laserpointers, dass praktisch du, du siehst nicht wirklich, wo du hinpointest, bis du direkt auf dem Gegner drauf bist. Das fand ich super clever im Original. Ähm, das Remake stattdessen hält es auch hier eben sehr modernisiert. Du hast ein Fadenkreuz und je länger du still hältst, desto kleiner und genauer wird dieses Fadenkreuz. Ähm, mag jetzt jeder sehen, wie er will. Ich fand eben diesen Laserpointer super mega clever im Original. Es war mal was anderes. Ähm, und allgemein hat es das Ganze wesentlich, äh, Videogamey gemacht, den ersten Teil. Und das ist so ein Kritikpunkt, mein erster Kritikpunkt, den ich anbringen möchte jetzt am Remake. Ähm, es, es ist auch mal wieder so ein Spiel, das sich ein bisschen schämt, ein Videospiel zu sein. Und sowas mag ich halt nicht. Also die ganze Atmosphäre, der Trash-Talk zwischen Leon und Sattler ist komplett entfernt worden. Sattler ist am Ende einfach nur ein weiterer Endgegner. Er begleitet dich nicht thematisch durch das Spiel. Er wird nicht so als der riesen Big Boss aufgebaut. Er ist halt der Endboss am Ende. Und, und gut, ist sehr, sehr schade. Äh, wie gesagt, dieser Banter hat mir sehr, sehr gut gefallen damals. Hat das Spiel so ein bisschen ikonisch gemacht. Ähm, hat dem Ganzen so, so eine nette Atmosphäre gegeben. Ja, nimmt sich nicht zu ernst das Ding. Ähm, da, finde ich, ist halt eben auch so ein bisschen Potenzial verloren gegangen. Und, wie gesagt, erneut, es ist halt eben ein Spiel, das es unbedingt realistisch halten will. Und, ich, ich mag, wenn ein Videospiel predictable ist. Ja, das sind die Assets. Und diese Assets haben ein generelles Verhalten. Und dieses Verhalten ist kopierbar und ist übernehmbar für jede Situation. Und das hast du nicht mehr in diesem Spiel. Ähm, du kannst dich nie wirklich drauf verlassen, wie die Gegner spawnen. Du kannst dich nie wirklich drauf verlassen, wie sich die Gegner verhalten. Weil es halt maximale Randomization will, dieses Spiel. Praktisch, wow, jede Situation ist anders. Ähm, wie gesagt, erneut mag jeder für sich selbst entscheiden. Aber vor allem in Hardcore war es zum Teil ultra, mega, nervig. Weil du dich nie drauf verlassen konntest, welche Drops bekommst du, wie verhalten sich Gegner, wie spawnen Gegner. Also teilweise, hier, hier, hier möchte ich eine kleine Anekdote bringen an dieser Stelle. Ähm, im Original gab es ein spezifisches Set. Also ein Set Piece, das berühmt-berüchtig damals war. Und zwar der Gang durchs Moor. Ähm, der ist auch im Remake mit dabei, möchte ich auch dazu gesagt haben. Komplett umgestaltetes Level, aber ich glaube, es ist technisch gesehen, dieses Level, also dieser, dieser Gang durchs, durchs Moor, ähm, und was ganz besonders war, im Original, war, dass du einen Ambush hattest. Praktisch, du warst in der Mitte des Levels, und auf einmal kamen Gegner von hinten, die, die vorher nicht da waren, die sind dann halt reingespawned worden. Und du denkst, wow, holy shit, es kommen Gegner, what the fuck? Äh, jedes Level im Remake ist das. Ähm, Gegner spawnen einfach random rein. Von, von Orten, wo sie eigentlich gar nicht rein spawnen können. Ähm, ein weiterer Faktor, das werde ich jetzt, da werde ich kein Footage haben. Ähm, das war, glaube ich, im Original, aber auch so. Äh, Ashley kann teilweise einfach in Wände entführt werden. Ja, es gibt vor allem einen Bereich, über den werden wir uns wegen dem Hardcore-Schwierigkeitsgrad jetzt gleich noch unterhalten. Äh, ein Typ nimmt Ashley und wandert einfach in eine Wand rein. Und wenn er lang genug in diese Wand reinwandert, weil nirgendwo eine Tür ist, äh, dann spielt einfach die Zwischensequenz, Ashley wurde jetzt durch eine Tür entführt. Absoluter Bullshit. Und, ähm, das sind so Sachen, ähm, ja, das sind so Sachen, wie gesagt, maximale Randomization, du kannst dir, du kannst dir nie sicher sein über die Situation, ähm, du kriegst keine Gewissheit durch die Mechaniken des Spiels. Ähm, das mag jetzt jeder mögen oder nicht, wie er will, meins ist es jetzt nicht zwingend. Ähm, mich hat's eher genervt, vor allem eben im Hardcore-Schwierigkeitsgrad. Also, wenn Leute draufstehen, nach jedem Setpiece vielleicht nur noch eine einzige Patrone für jede ihrer Waffen zu haben, dann go for it. Äh, mir war nicht bewusst, als ich mich auf diesen Hardcore, weil ich bin ein, ich bin ein veteranen Dark Souls-Spieler. Ich brauch eine Challenge. Deswegen hab ich Hardcore gewählt. Äh, ich weiß nicht, ob Leute jetzt so Spiele kennen, wie irgendwie, jetzt so, vor allem Shooter, so, so Half-Life, äh, Half-Life, Entschuldigung, äh, Halo und ähnliches, wo du praktisch, okay, du hast einen schweren Schwierigkeitsgrad und wenn du es durchgespielt hast, hast du einen super duper Hardcore-Schwierigkeitsgrad, den du danach spielen kannst. Der Hardcore-Schwierigkeitsgrad hier in Resident Evil, du hast drei, also du hast leicht, Mittel-Hardcore, du fühlst dich an wie dieser Schwierigkeitsgrad praktisch. Oh, du hast es auf Hard durchgespielt, jetzt probier Hardcore. Ähm, es war, also es gab zwei explizite Set-Pieces, wo ich das Spiel wirklich am liebsten gegen die Wand geschmissen hätte. Ähm, das eine Set-Piece ist die Cabin Invasion und die habe ich nur durch totales Dusel geschafft, weil ich mal irgendwie eine gute Spawn-Rate an Items hatte. Ähm, dieses Level ist, ist absolut, absurd, absolut insane. Ich weiß nicht, wie du das, wie du das zu diesem Zeitpunkt mit deinem, zu derzeitigen Equipment, äh, mit den wenigen Items, die in der Cabin sind, weil ich hatte keine, ich hatte praktisch keine Munition mehr, ich musste einfach das nehmen, was in der Cabin war. Ähm, weil vor allem der, äh, L-Gigante praktisch all, all meine Munitionen beansprucht hat. Ähm, und praktisch, ich musste einfach das hernehmen, was in der Cabin ist. Und es ist einfach absurd, wenn dich das Spiel dazu zwingt, praktisch ein perfekter Speedrunner zu sein. Weißt du, weil ich, ich glaube, ich bin wirklich mindestens 20 Mal draufgegangen in diesem Encounter und ich weiß nicht, ob ich mich jetzt halt irgendwie besonders blöd auch angestellt hab, keine Ahnung, aber ich hasse es, wenn ein Spiel dich dazu zwingt, praktisch ein legitimer Speedrunner zu werden. Weißt du, wo du praktisch wirklich irgendwie da sitzt und du denkst, oh, 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 okay, okay, das ist jetzt mein 20. Attempt. Okay, ich muss jetzt, ich muss jetzt hier, ich darf jetzt hier nur die drei Items nehmen und, ähm, diese Barrikade und dann mach ich das Fenster platt und ich darf aber noch nicht das Item nehmen, weil sonst hab ich noch nicht die Zeit, das Regal vors Fenster zu schieben und mich auf dem anderen Fenster zu platzieren und wenn ich bei dem Fenster dann drei Gegner platt gemacht hab, dann hab ich eventuell die Zeit, mir noch die Green Herb zu nehmen, um das dann zu kombinieren mit meiner Red Herb, die ich noch übrig hab. und, na, das sollte nicht nötig sein. Das, es, es sollte nicht nötig sein, eine Masterarbeit in Resident Evil 4 Remake zu schreiben, nur um dieses eine blöde Level hinzukriegen. Okay? Das sollte in keiner Weise notwendig sein. Und der andere Encounter, wo ich auch wirklich kurz davor war, das Spiel zu beenden, war im Schloss von Salazar, ähm, wo, ähm, die Gegner, ähm, wo, wo, ähm, die Gegner, sorry, das war jetzt meine erste große Aussetzung in diesem Video, ähm, wo diese, dieser kleine Steg runterfährt. Ja, sozusagen, du musst da halt irgendwie das Item holen und dann fährt dieser Steg runter und, ähm, du hast dann so einen roten Priester und dieser rote Priester kann praktisch alle Gegner in Las Plagas verwandeln. Und, ähm, ich bin so oft draufgegangen in diesem Level, ich glaub, ich hab irgendwann aufgehört zu zählen, weil es ist so absurd und ich weiß, wie gesagt, ich glaube, das ist nicht nur in Hardcore so, ich glaub, das ist auch im normalen Schwierigkeitsgrad so. Und das ist ein allgemein größeres Problem, auf das ich zu sprechen kommen möchte mit diesem Spiel. Du, du sitzt dann unten und dein Blick schweift nach rechts und es spawnen, und es trifft auch die Cabin Invasion, dieses Problem, es spawnen so viele Gegner. Du hast keinen Raum mehr zu manövrieren. Es ist absolut, es ist insane. Es ist, du, das spawnen irgendwie gefühlte 15 Gegner rechts neben dir oder so. Oh, und der rote Priester kann die alle in Las Plagas verwandeln. Awesome. Ähm, und du hast Ashley dabei. Das ist ja das Tolleste überhaupt. Du musst auch noch irgendwie dich um Ashley kümmern, weil sonst wird sie in eine Wand entführt. Und, oh mein Gott, ähm, und das war so ein Bullshit und ich hab's dann, ich hab's dann geschafft. Ich hab's dann geschafft sofort und ich denke, das Spiel gibt dir auch die Option absichtlich, weil du spawnst aus der Zwischensequenz raus, als die Brücke noch ein bisschen oben ist. Und ich hab's dann tatsächlich geschafft, zwei Magnum-Shots in diesen Priester reinzufeuern und nachher hab ich ihn dann noch irgendwie mit einem normalen Schuss, ein Magnum-Shot ist daneben gegangen und dann hab ich ihn noch einmal getroffen und dann war er platt und dann ist der Rest des Encounters ein Witz. Ähm, aber das war, ich weiß nicht, wie das Spiel von einem normalen Spieler erwartet, dass er da durchkommt. Vor allem praktisch mit null Munition, weil das war auch wieder so ein Encounter, wo ich praktisch keine Munition mehr übrig hatte. Es ist fucked up. Und, das ist das eigentlich größte Problem des Spiels, auf das ich jetzt zu sprechen kommen möchte. Das Spiel lässt nämlich einiges an Content aus, aus dem Original. Ähm, ähm, vor allem finde ich, äh, äh, sehr, sehr erstaunlich aus dem Original. Und zwar einmal war auffällig der Wasserfall. Also das, das Level, wo du die, ähm, Kisten runterschießen musst, auch in der Village. Ähm, und dann tut sich dieser Wasserfall auf und die ganzen Gegner kommen. Fehlt. Fehlt. Einfach, einfach komplett. Es ist einfach weg. Und was mich wirklich gewundert hat, die Seilbahn. Ich finde, die war sehr ikonisch damals im Original, ähm, wo praktisch die Gegner dir entgegenkommen und du musst sie so nach und nach praktisch runterpflücken. Ähm, auch fehlt komplett. Leider werde ich kein Footage finden, ähm, aber die Seilbahn ist so im Hintergrund. Ich hab mich eigentlich schon drauf gefreut. Ich hab dann irgendwie im Remake diese, diese, oh, wow, ich freu mich schon auf die Seilbahn. Und die Seilbahn kommt? Ähm, es ist überhaupt, dieses Spiel ist mir ab und zu ein bisschen zu cheeky. Ähm, vor allem beispielsweise, das spoiler ich jetzt auch an dieser Stelle, wenn du zu Salazar's Schloss gehst, ähm, dann, ähm, liegt da ein Truck. Nein, der Truck Encounter, den gibt es nicht. Der, der mega geile Truck Encounter, wo dieser Irre mit dem praktisch irgendwie brennenden Truck auf dich zukommt und du musst ihn aus dem Fahrerhaus schalten. Nein, gibt's nicht. Diesen Encounter gibt es nicht. Aber, sie legen dir da so ein ausgebranntes Auto hin, in, äh, äh, im Remake, weil, oh, wir, ja, ja, wir wissen, wir wissen, eigentlich wäre hier der Irrefahrer gekommen, aber du kriegst den nicht. Und das ist ein großes Problem, finde ich, mit diesem Spiel. Es nimmt dir Sachen weg und, und gibt dir nichts stattdessen. Es nimmt die Sachen einfach weg. Ich weiß nicht, weil es zu schwierig zu programmieren gewesen wäre, weil, ich nehme an, das Spiel unter enormem Time-Crunching stand. Ich kann nur spekulieren. Aber, und das ist so ein bisschen das Problem an dem Spiel, ist, ähm, ich war dann mit Salazar's Castle fertig und ich hab die ganze Zeit so ein, ich hab die ganze Zeit so einen, äh, Walkthrough praktisch nebenher noch laufen gehabt. Ähm, und wollte halt eben wissen, praktisch nur um so, also ich hab mich gespoilert, sondern ich wollte halt immer wissen, wie weit bin ich grad im Spiel. Und ich war dann mit Salazar's Castle fertig und es waren dann halt praktisch noch so, ja, noch so, praktisch nur noch zwei Stunden übrig und ich hab mir gedacht, wie kann denn das bitte sein? Wie kann das, Salazar's, praktisch, äh, Saddler's Island in zwei Stunden, what the fuck? Ja, weil sie unglaublich viel rausgekattet haben. In der Village merkst du's noch nicht so sehr, aber im, im Castle merkst du's deutlich und Saddler's Island ist, ist so auf ein Minimum reduziert, das ist echter Wahnsinn. Und was dieses Spiel eben gerne macht, ist kleinere Encounter zu nehmen, wie beispielsweise die Regenerators sind auf ein Riesenevent aufgepusht worden, in diesem Spiel. Mehr spoiler ich jetzt nicht an dieser Stelle, ähm, aber das ist, was das Spiel gerne macht. Praktisch, du nimmst kleinere Encounter und bläst die auf zu einem Riesenevent. Ähm, es ist zum Teil absurd und da blende ich jetzt, so ein kleines, so ein kleines Gag-Clip hier ein. Es ist absurd, wie viele Gegner in diesem Spiel spawnen. Es ist absolut insane. Und, ich finde, dass das Spiel das an diesen Stellen oftmals halt einfach übertreibt. Ja, es ist, wie gesagt, es nimmt Sachen und gibt dir stattdessen einfach nichts. Es bläht das ganze Spiel auf, ohne Ende, damit du halt auch auf deine acht bis neun Stunden kommst. Darin liegt wirklich das große Problem. Es scheint einfach Time-Crunching gewesen zu sein. Die Entwickler waren da halt einfach, wie gesagt, oh, das ist shit, das Spiel muss in zwei Monaten fertig sein. Und, ähm, das ist so mein größter Kritikpunkt eben an dem Spiel. Es ist sehr, sehr schade, ähm, dass nicht aller Content übernommen werden konnte. Ich meine, teilweise, glaube ich, ist es wirklich sozusagen for artistic reasons rausgenommen worden, einige Sachen. aber, ähm, teilweise fehlen echt heftige, so Chunks des ganzen Spiels. Ähm, und es ist halt gestreckt dadurch, dass du halt 10.000 Gegner irgendwie erledigen musst. Ähm, ich gebe dem Spiel eine Acht von Zehn. Es ist ein tolles Spiel. Mehr habe ich eigentlich nicht dazu zu sagen. Mir gefällt die Idee. Mir gefällt sehr, sehr gut die Idee dahinter. Lass ein Spiel nehmen und lass es neu interpretieren. Ja, mit einem, mit einem neuen Fokus, mit einer neuen Attitüde, ähm, mit, wie spielt sich heute, wie würde sich heute so ein Spiel spielen? Wie würden wir heute Resident Evil 4 machen? Und ich habe auch gehört von Leuten, dass Dead Space so ein bisschen dieser Idee folgt. Ja, also einige Dialoge wurden neu konzipiert. Es gibt jetzt irgendwie Side-Missions, die im Original nicht waren. Nein, ich erwarte jetzt nicht, dass das jetzt so ist wie Resident Evil 4. Mir ist bewusst, das ist ein weitestgehendes Originalspiel. Aber, wenn mehrere Spiele sowas machen würden, das wäre super cool. Ähm, weil Resident Evil 4 hat es unglaublich toll hinbekommen. Es sind wirklich, leider, es reicht nicht ganz ans Original. Weil ich finde, das Original war so revolutionär damals und hat dir so viel Content gegeben. Und dieses Spiel hat mir ein bisschen zu viel Kompromisse, was die Entwicklung des Spiels betrifft. Aber es ist, es ist toll. Wie gesagt, es ist mir ein bisschen zu actionlastig. Ich hoffe, wir enden nicht wieder bei Resident Evil 6 und so einem Zeug, ne, das ja das Franchise fast gekillt hat. Mir wäre es lieber gewesen, sie hätten ein bisschen auf die Bremse gedrückt in diesem Spiel. Ähm, vor allem auf Settlers Island wird es zum Teil absolut absurd, wie viel Action drin ist. Aber, ja, acht von zehn Punkten. dicke. Untertitelung des ZDF, 2020